Weil wir gesehen haben, dass die Menschen in Finanzthemen immer wieder die falschen Entscheidungen treffen. Und das nur deshalb, weil die Menschen sich mit den Sachen nicht auskennen. Und was uns so wahnsinnig aufgeregt hat, ist, dass Produktanbieter immer dieses Unwissen von Menschen ausnutzen und uns komplexe Produkte verkaufen, die wir teilweise gar nicht brauchen, die wir auch nicht verstehen, nur damit sie möglichst viel Geld an uns verdienen. Und das wollen wir ändern. Deshalb haben wir Finanztip gegründet, um Menschen wirklich zu sagen, was für sie das Beste ist und was wir tun würden und welche Sachen wir empfehlen würden und welche Angebote für sie die besten sind. Man kann sich Finanztip eigentlich als eine Art Personal Coach für seine eigenen Themen rund ums Geldausgeben vorstellen. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir recherchieren all die Themen, mit denen wir uns ständig auseinandersetzen müssen als Verbraucher, so als ob wir für uns selbst nach einer Lösung suchen würden. Und dann kommen wir zu Empfehlungen und die schreiben wir auf. Und die stellen wir unseren Lesern zur Verfügung. Wir bieten ein Newsletter, wir bieten tausend Ratgeber und eine Community, in der man herausfinden kann, wie man den besten Stromvertrag, den besten Gasvertrag, den besten Handyvertrag, die richtige Versicherung und die besten Bankverbindungen findet. Und das Ganze ist kostenlos. Kostenlos ist es vor allen Dingen deswegen, weil wir wollen, dass alle Leute, dass insbesondere die Leute mit wenig Geld, diese Informationen zur Verfügung haben, dahin gehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder in Deutschland Finanztip und den Finanztip-Newsletter nutzen und lesen sollte. Und wir wollten die Hürden dafür so niedrig wie möglich machen. Und deshalb haben wir gesagt, es muss kostenlos sein, damit auch wirklich jeder dieses Angebot nutzt. Wir wollten klar zeigen, dass Finanztip ausschließlich im Interesse der Verbraucher arbeitet und dass es keine Hintergedanken gibt hinter den Empfehlungen, die wir aussprechen. Und über die Gemeinnützigkeit bringen wir genau das zum Ausdruck. Denn ein gemeinnütziges Unternehmen muss alle Gewinne, die es erzielt, in den Zweck des Unternehmens stecken. Es ist sozusagen sichergestellt auf die Art und Weise, dass man allem, was Finanztip tut, blind vertrauen kann. Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder Haushalt in Deutschland den Finanztip-Newsletter abonnieren sollte. Weil wir dadurch es schaffen, dass Menschen da draußen das Thema Finanzen und Geld endlich verstehen, richtig viel Geld sparen und wir wirklich die Art und Weise, wie diese Finanzindustrie funktioniert, einfach verändern können. Und deshalb ist unser Aufruf, jeder sollte den Finanztip-Newsletter abonnieren. Und unser Ziel ist es, dass irgendwann mal zehn Millionen Haushalte unseren Newsletter auch bekommen.